Wir haben das sogenannte Schonvermögen für die Bezieher von Hartz-IV-Leistungen auf 750 Euro pro Lebensjahr verdreifacht. Ist das ein Geschenk? Nein, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn diejenigen, die für ihr Alter selbst vorgesorgt haben, sollen nicht im Falle von Langzeitarbeitslosigkeit dafür bestraft werden. Wir haben außerdem die Zuverdienstmöglichkeiten im Hartz-IV-Verreich verbessert und wir haben auch dafür gesorgt, dass Schüler, die einen Ferienjob haben und in einer Hartz-IV-Familie leben, dieses Zuverdienst auch behalten dürfen. Für das nächste Jahr wollen wir gerne die Zuverdienste der Rentner neu regeln und außerdem dafür sorgen, dass Altersarmut in Deutschland kein Problem wird.